Mein Name ist Marc. Ich habe 2012 meinen besten Freund Martin, im Alter von 41 Jahren, durch eine Sepsis verloren. Mein Name ist Igor. Meine Sestra, Anna, die von Sepsis verloren hat, die aus der Pneum ist. Er hat 58 Jahre alt. Mein Name ist Maria. In 2012, ich verletzte mein Vater von Sepsis, die von Sepsis verloren hat. Mein Name ist Patrick. Ich habe Sepsis von 9 Monaten getötet. Und, als resultierend, habe ich alle Fingern auf meiner Seite, mit den zweiten und dritten Fingern auf meiner Seite, und mit dem Right Legen unter dem Knochen. Aber ich habe überlebt. Stop Sepsis. Save Lives. Ich habe Sepsis von 9 Monaten getötet. Ich habe Sepsis von 9 Monaten getötet. Ich habe Sepsis von 9 Monaten getötet. Vielen Dank.